Der französische Nationalspieler Der ist auf Platz 12 Kingsley Coman mit 60 Millionen Euro Und zum Ende dieses Videos Kommen wir noch zu Sadio Mane Auf Platz 11 Mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro Lass gerne ein Like und ein Abo da Und dann würde ich sagen Ciao Vielen Dank.